Was für eine Premiere! Gemeinsam mit der IKK Klassik kochten wir im Einrichtungshaus Finke zum ersten Mal mitten in der Woche. Mit dabei beim kulinarisch gesunden Nachmittag waren diesmal die großen Jungs Christoph Ruggett und Josef Eichler vom Basketballverein Science City Jena, ihre Fanmagazin-Betreuerin Dana Penno und die vier Jungs von Standick, der kommenden Pop-Hoffnung aus der Saalestadt. Und natürlich allen voran Chefkoch Thomas Abel. Und der setzte mal wieder kulinarische Maßstäbe. Begonnen wurde mit einem herzhaften Schnittlauchkuchen mit Lachsschmand, Wachtelei und Senfsoße, gefolgt von Rauchforelle-Sahnesuppe mit Lauch und D. Danach Lammrückenspieß an marinierter Brunnenkresse mit einem Vanillekartoffelpüree. Und für den kleinen Hunger am Schluss eine Joghurtcreme mit Beerenkompott. Doch vor den Genuss haben die Götter das Geschnipsel gestellt, also hieß es mal wieder ran, ein Messer, Brettchen, Küchenzeile. Ihre Durchschnittsgröße von zwei Metern half den Basketballern beim Kartoffelschälen nur mäßig, aber sie schlugen sich wacker. Zwischenzeitlich griffen die Stand-Age-Jungs zu ihren Instrumenten und feierten ganz ohne Strom ihre melancholisch-experimentellen Popper. Mit dem letzten Gang wurde geplaudert, aufgeräumt und schon vom nächsten Mal gesprochen. Denn Taktkoch gesund geht weiter. Versprochen. Und lasst uns auch. Vielen Dank. Vielen Dank.